Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man so einen U-Pfostenträger aufschrauben und somit natürlich auch den Stützenschuh zum Aufdübeln richtig zum Beispiel auf Beton befestigen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall möchte ich mal so einen Pfosten hier auf Beton befestigen. Da eignen sich solche U-Pfostenträger wirklich optimal dafür. Wichtig ist natürlich, wir können das Ganze auch zum Beispiel auf Terrassenplatten befestigen. Dann sollten aber auf jeden Fall nicht allzu große Kräfte wie zum Beispiel bei einem großen Sichtschutzzaun Windkräfte darauf wirken. Zuerst mal müssen wir natürlich die richtige Position von diesem Pfostenträger ermitteln. Hierfür am besten einfach einen normalen Meterstab mal zur Hand nehmen. Oder wenn du natürlich auch mehrere solche Pfostenträger montieren möchtest, dann können wir wie in einem extra Video gezeigt auch so eine spezielle Richtschnur mal spannen. Und wichtig hierbei ist auch, dass wir darauf achten sollten, wo genau die Kräfte jetzt am Ende darauf wirken. Bedeutet, wenn du hier einen kleinen Sichtschutzzaun zum Beispiel erstellen möchtest, wo am Ende die Windkräfte von dieser Seite wirken, dann solltest du den Pfostenträger auch wirklich so hin positionieren, dass die Windkräfte von diesen Laschen hier außen aufgenommen werden können. Und wenn er nämlich so stehen würde, dann würde das Ganze einfach nicht so stabil sein. Wenn unsere Position aber passt, können wir auch mal die drei Löcher hier unten dementsprechend auf dem Beton anzeichnen. Und unsere Löcher auch schon mit dem passenden Bohrer einmal tief genug bohren. Bei Beton würde ich übrigens immer spezielle Schwerlastanker verwenden. Dafür habe ich natürlich auch schon ein ausführliches Video auf dem Kanal. Wenn es aber bei dir Terrassenplatten mit wie gesagt wenig Kräften sind, dann kannst du natürlich auch normale Dübel und einfache Schrauben verwenden. Für den optimalen Halt sollten wir unsere Bohrlöcher jetzt übrigens auch noch mit so einem speziellen Ausbläser hier einmal ausblasen. Als nächstes können wir den Pfostenträger auch schon an die gewünschte Stelle geben und bevor wir diesen befestigen, unbedingt mal noch mit einer Wasserwaage dementsprechend nachkontrollieren, ob diese auch ungefähr im Wasser liegt. Falls nicht, dann am besten mal noch verschiedene Beilagscheiben zur Hand nehmen und diese können wir jetzt auch dementsprechend einfach hier zum Beispiel drunter geben, um den Pfostenschuh noch etwas besser auszurichten. Wenn es dann aber passt, die Bolzenanker mal dementsprechend von oben hineingeben und mit einem Hammer auch ordentlich hineinklopfen. Danach unbedingt mal in die Bedienungsanleitung von diesen Schwerlastankern hineinschauen, denn da steht auch drin, wie fest wir diese jetzt genau anziehen müssen und das können wir dann auch mit so einem Drehmomentschlüssel hier richtig machen. Zum Festschrauben vom Holzpfosten verwende ich solche einfachen Sechskant-Holzschrauben und bei denen sollte man aber am besten auch noch vorbohren. Hierfür einfach mal einen Bohrer nehmen, der sollte in etwa den Durchmesser von unserem Schraubenkern haben und dann bohren wir aber auch nur zählte drei Viertel von der Schraube vor. Hierfür hebe ich mal meinen Holzpfosten in den Pfostenträger hinein, schaue, dass das Ganze natürlich auch relativ mittig sitzt und dass wir diesen aber danach auch noch richtig mit einer Wasserwaage ausrichten können, werde ich jetzt erstmal hier unten rechts eine Schraube hineinjagen. Da die einzelne Schraube den Pfosten jetzt nur leicht fixiert, kann ich diesen immer noch etwas hin und her bewegen, richte ihn mir also mal mit der Wasserwaage wirklich perfekt aus und dann schaue ich natürlich, dass ich auch dementsprechend noch eine zweite Schraube hineinbringe. Der Pfosten ist richtig ausgerichtet und jetzt können wir natürlich auch noch dementsprechend hier die Schraube in der Mitte und auf der anderen Seite die drei Schrauben befestigen und somit haben wir dann auch schon so einen U-Pfostenträger richtig aufgeschraubt. Wenn du dir für zu Hause so einen U-Pfostenträger, einen Drehmomentschlüssel, Schwerlastanker oder natürlich auch seinen Ausbläser zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.